Information zu IC 2175 nach Dresden Hauptbahnhof über Dresden-Neustadt. Abfahrt 12 Uhr. Heute circa 10 Minuten später. Grund dafür ist eine Störung an einem Bahnübergang. Ihre nächsten Anschlüsse. IC 2178 nach Warnemünde über Berlin Hauptbahnhof. Abfahrt 11 Uhr 56 von Gleis 1. Information zu IC 2175 nach Dresden Hauptbahnhof über Dresden-Neustadt. Abfahrt 12 Uhr. Heute circa 10 Minuten später. Grund dafür ist eine Störung an einem Bahnübergang. Schützen Sie sich und andere. Bitte beachten Sie die in den Bahnhöfen und Zügen geltenden Verordnungen und Gesetze zur Abstamm- und Maskentragepflicht. Bitte nutzen Sie die gesamte Zuglänge zum Ein- und Aussteigen. Vielen Dank und bleiben Sie gesund. Information zu RB nach Elsterwerda Biela. Abfahrt 12 Uhr 10. Heute von Gleis 1. Ich wiederhole. RB nach Elsterwerda Biela. Abfahrt 12 Uhr 10. Heute von Gleis 1. Gleis 2. Einfahrt IC 2175 nach Dresden Hauptbahnhof über Dresden-Neustadt. Abfahrt ursprünglich 12 Uhr. Tore nicht bei der Einfahrt.